Also Retargeting-Anzeigen. Jetzt möchte ich Leute wieder ansprechen, die auf dieser Seite waren, aber nicht auf dieser Seite waren. Mein Name ist Sven Sulik. Ich bin Videograf und Gründer von VideoDuo. Und zwar Leute, die hier bis zum Kontaktformular gekommen sind, sind ja eigentlich schon bereit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Aber sie haben wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen auch immer abgebrochen. Sie hatten gerade keine Zeit und haben gesagt, naja, das ist mir zu mühsam oder haben ihre E-Mail-Adresse vergessen, whatever. Ich kann die einfach wieder ansprechen mit Werbeanzeigen, weil diese Leute sind auf jeden Fall an meinem Produkt oder an meiner Dienstleistung interessiert. Das heißt, das ist eigentlich die beste Werbestrategie, die du fahren kannst. Retargeting-Anzeigen. Wie das Ganze funktioniert? Du gehst hier oben auf Tools, gehst hier auf Zielgruppenverwaltung, gehst hier auf Plus, Webseitenbesucher. Und jetzt mache ich eine Hochzeits-Movie-Retargeting-Anzeige für mein Formular. Das heißt, okay, Besucher, die eine Webseite besucht haben, Zielseite, diese Leute, ich kopiere mir hier oben diesen Link heraus, füge das hier ein, gehe hier auf und, enthält, wähle hier aus nicht, gehe auf die Danke-Seite, kopieren, einfügen, fertig. 30 Tage wäre Quatsch. Das heißt, ich würde die quasi einen Monat nochmal ansprechen mit der Werbeanzeige. Die haben wahrscheinlich schon gar kein Interesse mehr und haben schon was ganz anderes gesucht, wenn sie nicht wirklich sich da nochmal mit auseinandergesetzt haben. In der Regel die beste Zeitraum sind in der Regel sieben Tage. Und jetzt kann ich unten bei Beschreibung nochmal genau eingeben, damit ich hinterher auf der Liste sehe, was das eigentlich für eine Werbeanzeige ist. Also kann ich dann Hochzeits-Movie-Besucher, die das Formular besucht haben, aber nicht auf der Dankes-Seite waren. Und das ist jetzt nur für mich, also das liest jetzt keiner Zielgruppe erstellen. Und jetzt habe ich das Ganze hier, Hochzeits-Movie-Retargeting-Formular, blablabla, das ist einfach dieser kleine Text, der dann hier drunter steht. Das macht auch Sinn, wenn ich hinterher noch so viele Anzeigen hier habe, dass ich das da wirklich verstehe, was ich da eigentlich gemacht habe. Und jetzt kann ich vorne nach Google AdWords gehen, kann hier meine Werbeanzeigen schalten, meine Retargeting-Anzeigen schalten. Und dann geht das Ganze los. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du mir für dieses Video einen Daumen hoch gibst, meinen Kanal abonnierst und weitere Videos dir anschaust, damit du viel mehr Erfolg hast mit deinem Videomarketing, mit deiner Webseite, mit deinem Unternehmen und deiner Dienstleistung. Ich wünsche dir alles Gute. Mein Name ist Sven Sulik. Ciao, bis dann. Danke schön für deine Zeit. Den Link zu meinem kostenlosen Leitfaden findest du unten in der Videobeschreibung. Bevor es weitergeht, möchte ich dich kurz bitten, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Einfach hier klicken. Dankeschön.